Guten Morgen, äh, deine Verbrechenen, bla bla bla. Okay, hat doch damit zu tun, alles klar. Hm. Ich bin Vau. Folge 4. Ja. Gott, nicht mal die Hälfte. Ach, es geht eigentlich, es ist gar nicht mehr so warm wie am Anfang. With the birth of the Sun-Persona, I have obtained the winds of blessing that you need to feed them and me. Won't you come? Le Soleil. Soleil. Ne, Soleil, Soleil. Sun Soleil. Let's pursue your dream of becoming a member of the Diet. Oh my, we've been talking for far too long. Let's call it quits for today. Alles klar, Brudy. Alles klar, Bruder. You. Mh. Man will von mir ab. Sorry, ich hab ganz vergessen, was zu erwähnen. Es geht um meine zukünftigen Redepläne. Wärst du bereit, hier zu bleiben, um sie dir anzuhören? Ja. Danke, keine Sorge, dauert nicht lang. Ich werde hier jeden Sonntag meine Reden halten. Du kannst gerne vorbeikommen und helfen, wenn du Zeit hast. Mehr wollte ich nicht sagen. Jetzt pass bitte auf deine Heimwege auf. Orakon of Ages. Orakon of Seasons. Hm, was meinst du? Hm, was meinst du? Ich würde schnell kommen. Es ist absurd, zu pretend, dass ich die Polizei's Arbeit machen kann. Ich wünschte, sie hat meine Gefühle, bevor ich mich das gefragt habe. Hey. Noch elf Tage. Wollt ihr nicht mal die Pranger-Karte verschicken? Hm, hm. Kann ich sprechen? Was jetzt mal? Ist auch schon so aus, aus, ausgemalt. Ausgemalt. Also, warte mal, wie ist es mit der Pranger-Karte nochmal? Geht's dann instant wieder rein? Nee, ne? Oder doch? Vielleicht wird auf jeden Fall noch ein paar Items vorher. Ja, warte mal. Warum kann ich nichts mit anmachen? Was ist eigentlich falsch mit dem Spiel? Warum ist Deutschland so klein? Hm. Föderalismus. Die Antwort bei Wo liegt was war meins. Das wurde Russland gezeigt. Hehe. Kann der aufhören, über Sexualität zu reden? Im Sommer? Prrrr, 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 prrrr. Könnt ihr reinlegen, weil Unternehmungen mit den Kollegen häufig erst nach der Pranger-Karte ging. Hm, ja gut. Was willst du? Okay, welcher? Äh, einmal alles bitte. Ich hab voll viel Geld. Voll geil. Die Menschen können Medizin, wenn sie hier in Japan wollen. Oh, die 100 aller Verbündeten sind natürlich geil. Komm ich mal 6 Stück von. Hier geht's. Ich hab 10 Stück davon. Ich kann auch Kram beim, beim Software-Mann verkaufen. Mhm. Mhm. Das sollte funktionieren. Danke. So, haben wir den 50.000 geblättert hier bei der Alten. Lieber mein Leben. Take care. Du solltest grün sein. Komm wieder. Wir sind immer noch nach der Schule. Pranger-Karte schreiben. Ich schreib ne Pranger-Karte. Wie geht das nochmal? Tobi, ich würde alles. Jetzt gerade so, wo auch immer er ist, gerade so. Ein Fehler der Matrix. Ähm. Hier hat er echt dumm. Wie schreibt mein Ecker? Warte mal, ich hab doch hier so lustige Mail. Lustige Mail. Pranger-Karte? Pranger-Karte. Man fing in die Pranger-Karte. Wir haben einen Platz gefunden. Darum finde ich, wir sollten uns bald durchziehen. Warum triffst du dich nicht mit ein, wenn du bereit bist? Okay, so einfach geht's. Ja. Okay, ich geh zum Verschläge. Same so. Ich so, scheiße, hab was vergessen. Das können wir doch erledigen. Matarami wird ein veränderter Mann sein. Ich hab jetzt nur noch so Krümel hier drin. Ich glaub, die löst sich mal immer aus. Es gibt keinen Weg, um es zu revertieren. Aber das ist sicher, dass du okay bist mit dem? Ich habe es überrascht. Und ich kann nicht denken, für einen Zukunft, in dem er nicht bezahlen muss. Ich bin mir zu verändern. Ich bin mir angekommen. Bebel lock up The change in cognition That reminds me you went through some trouble regarding that before You must be talking about when we forced open that security gate in the courtyard The palace is a cognitive world so changing its rulers cognition changes the topography I Think Very nicely put lady on you're absolutely correct. This will be a vital tactic from Actually, may I ask you a truly basic question you continue to mention cognition quite readily Why does this world formed from materialized cognition even exist to begin with? Don't tell me Has it always existed while we go about our daily lives completely oblivious? Weakley I'm not sure At the very least I know it existed before the kamoshida incident But that's all I see Can I ever get into the moment? Oh crap, they totally caught me off guard with that It's kinda weird thinking there might be whole worlds we just don't know a damn thing about Did the thought ever cross your mind? Yeah Of course Don't be so anxious You don't even know everything about the city you live in after all That's all That's right, I've lived in six years and I know a few fit But what's important is that we know how to make use of that world and how to traverse it And so, Lena is still very small Okay, yeah, well let's go Then it's decided Let's prepare the calling card at once Was ist das? Du solltest es dann, Yusuke. Oh, mach es wirklich Artistisch und alles. Wirklich Artistisch. Es ist dann entscheidend. Great! Alles, was left ist, ist, dass die Schmerzen unseres machen. Ihr dürft euch kommen, Frikassee. Frikasse. Gab es als Kind sehr häufig, weil meine Mutter faul war. Wobei... War das eigentlich so fertig, Frikassee? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Und dann habe ich es irgendwie jahrelang nicht mehr gegessen. Dann gibt es... Michelnudeln. Jo, ich habe versucht, das Schätze-Symbol zu ändern. Für mir ist es noch gleich. Vielleicht ist es nur für die Gruppe und hier nicht zu sehen. Naja, siehst du später, Mann. Das ist das Phantom-Dibe-Logo, das Yusuke nur offen hat. Die Pranker-Karte ist dank ihm auch richtig cool geworden. Irgendwann ist das der erste Job der Phantom-Dibe. Wir dürfen das nicht verbocken, okay? Eigentlich der zweite Job, aber ich verstehe es schon, weil wir uns danach erst so benannt haben. Ihr unterschätzt ja gar nichts, wirklich. Yusuke muss sich heute vier ausruhen, alles klar? Ja. Okay, wir sehen uns morgen. Alles klar, Brudis. Bis morgen. Bis moin. Hallo, Random-Kundete. Was macht ihr hier? Hör, lass uns gehen. Die machen hier gleich zu. Ah, ist die für ein Fernsecher. Das ist catchy. Brrrr. 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 Nice. Hm, 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 hm. Film gucken. Naja. Naja, ich habe ja... Uups. Ich wollte gar nicht nach oben. Aber ich habe ja eh nichts mehr, ne? Och! Doch, hab ich ja. Ghost, Nachrichten von Sam. Voll. Gemeinsames Töpf-Fun. In dieser Geschichte geht es um meine Frau, die mit den Geistern der Verstorbenen sprechen kann. Hey, hey! Ob diese Frau dem Phantom-Dien beitreten würde? Sie wäre zumindest nützlich, oder? Was für eine Frau ist? Ich will den Seelen der Toten so zu verschreiben. Vielleicht hat die dieses Drama etwas über Güte beigebracht. Yeah! Komm, mach Level ab, dann kann ich endlich mal... Ne, warte mal, Mut muss ich ja eigentlich leveln, ne? Aktuell für Soft-Air-Man, naja. Gut, dann. Ja, ich habe einen Promi gesehen. Die sind abgeordnet von früher, Tora no Zuko, irgendwas. Oh, Tora no Siki Yoshita. Oder wie die meisten ihn besser nennen, tu nicht gut, Tora. Tu nicht, tu nicht gut, Tora. Tu nicht, Tobi hieß mal so. Oh mein Gott. Die Verbindung, nur... Mein Gehirn, gerade. Mein Hirn, gerade. Äh, ja. Er hängt in meiner U-Bahn-Station rum und hält reden, aber keiner beachtet ihn. Er war einmal ein aufschredender Polizistar, aber dann war er reinweise in Skandale verwickelt. Hm, ja, er stand in der Schlange vor mir. War komisch, einen Politiker im selben Laden Essen zu sehen, in den wir auch gehen. Das ist wahrscheinlich seine neue Masche, oder? Sich bei der Mittelschicht einschreiben. Vor vielen Jahren bin ich mal durch Hannover gelaufen mit meinem Onkel und dann ist Philipp Rösler an uns vorbeigelaufen. Kennt ihr noch Philipp Rösler? Von der FDP? Ich auch nicht mehr. Manchmal sehe ich, wie Leute in ihren Aufsätzen genau das gleiche schreiben. Glaubt gar nicht, dass ihr damit durchkommt, Sachen von irgendeiner Website abzuschreiben. Ich merk's. Ha! Wenn die von KI wüsste. Fremde Ideen zu klauen ist Plagiarismus. Ein Verbrechen wie jeder andere Diebstahl. Dieser Urheberrechts-Mist ist so nervig heutzutage. Ach ja, wusstet ihr das? Kennt ihr die Arsène Lupin-Reihe? Ah, von Maurice Leblanc. Arsène Lupin. Ist auch hier Lupin der Dritte und so, ne? Leblanc ließ in einer seiner Lupin-Geschichten mal eine Figur aus einer anderen Reihe erscheinen. Ach ne, Lupin ist... Ja, wobei, ist ja eh alles dieser Meisterdieb da. Nun, Orakun. Weißt du, wo der Autor Leblanc abgekupfert hat? Ich sag dem da, Gaston Leroux. Okay. Nevermind. Echt? Sherlock... Gut, vielleicht hat er irgendwas anderes gemacht als Sherlock Holmes. Passt schon. Das ist es. Gut gemacht. Oh, gefallene Detektivgeschichten? Ja, die Antwort lautet Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes. Das ist das ultimative Duell zwischen Gentleman, Dieb und Meisterdetektiv. Naja, was auch immer. Leblanc änderte wohl den Namen seiner Version von Sherlock Holmes, nachdem Doyle sich beschwert hatte. Er erinnerte ihn zu Herlock Holmes. Was? Er stellte nur das S an den Anfang des Nachnamens. Oh, ist die Frage vollständig. Diese generierten Antworten, ne? Wow. Ja, ich bin so klug. Ich bin so klug. Oh, ich bin jetzt... Ich bin gelehrt. Holy shit. Universal gelehrter. Ich bin einfach Da Vinci. Sowohl Lupin als auch Holmes tauchten in einer Reihe anderer Werke auf. Aber das war eine Hommage. Kein Plagiat. Inzwischen ist Arcel Lupin gleichbedeutend mit Phantom Dieb. Ich will nur jetzt beginnen. Oh mein Gott. Wow, schon. Wir kommen Phantom Diebünie aus der Mode. Hm, hm, hm. Oder das Spiel hat einfach wieder davon geklaut, ne? Das Spiel muss halt Ressourcen sparen. Es ist eine Sache, die wir euch überprüfen müssen. Äh, was? Okay, Verzeihung. Aber wir müssen uns kurz unterhalten. Bitte entschuldigen mich für einen Moment. Was ist das? Wir haben das außerhalb gefunden. Ein Buch? Es ist, äh... 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 Von... Aber sowas von. Das ist das, was die Brats tun, nicht wahr? Na, das bedeutet nichts. Sie werden nur die Möglichkeit machen, bis dieses Spiel ist vorbei. Was das denn? Es war perfekt! Die Komposition war viel cooler, auch. Der Treffer sollte gleich jetzt sein. Genau jetzt! Falsal, Bruder! Wir haben viel, wenn sie sich auf den Karten sprechen. Hm, 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 hm. Das wird alles gut. Wir haben auch letzte Mal gewonnen. Du hast auch keine Reservation über das auch. Nein, Yusuke? Natürlich nicht. Wir werden das hier machen. 1 von 25. Final Fantasy 7, Rebirth? Ich muss nie wieder Karten spielen im Final Fantasy 7, Alter. Also bis zum dritten Spiel. Die Atmoserie wirkt irgendwie anders. Mit der Karte haben wir ihm quasi den Krieg erklärt. Ja, kein Grund zur Sorge. Der Weg ist gesichert und wir sind bereit. Wir holen uns den Schatz so richtig stilvoll. Ja, Mann. Okay, sie chillt wieder in the background. Aber, wenn jetzt Tobi vielleicht da ist, kann ich das ja eigentlich nicht bringen. Wie viel Liter Rheinalkohol trinkt der Deutsche im Jahr? Ach so, 1. Hm. Okay, reiner Alkohol. 10 Liter. Holy shit. Trinkt nicht so viel, glaube ich. Wieso laufe ich eigentlich? Ich kann mich porten. Ich hab gerade 0 auf eine Schatzkarte an Bord. Rapp 180, Ergebnis war 90. Shit! Das ist ein Drop. Lass uns gehen. Ja, ja, ich weiß. Schatz stehlen. Ist gut, Schatz. Schatzi Bub. Ach so, wir müssen uns von oben abseilen. Da war ja was. Deswegen muss ich auch wollen, dass du nicht dürde. Die Tür funktioniert immer noch nicht. Die Tür wird nicht öffnen. Ja! Ja! Los geht's! Immer wenn ich hier diese Passage mit dem Enterhaken sehe, die es ja vermehrt in den Tempeln gibt, Tempeln, Palästen, mit dem Wissen, dass es das im Original Persona 5 gar nicht gab, da frage ich mich, wie war denn das da dann? Ich meine, die ganzen Palästen waren komplett anders aufgebaut. Ach, eigentlich muss ja auch einer unten sich platzieren, ne? Das ist auch scheißegal. Endlich ist es soweit. Es gibt kein Zurück mehr, sobald wir die Operation beginnen. Mit dem Schwimmsten Falle müssen wir auch kämpfen. Joker! Ja, ist richtig. Joker, bist du bereit? Alltert, alt, breit! Yes! Ähm, super. Ein Anlauf für die Posten. There is an enemy inside. Just as expected. Hm. Ich meine, we've done a ton in here. It's not surprising. Im Monaco gab es entsprechend auch keine Willenssamen, aber manchmal gibt es ja auch abseits der Willenssamen, einfach so wie eben, wo ich mich rüber schwingen musste, muss ich auch einfach für das weiterkommen. Willst du okay sein? Was ist, wenn es dich aufhört? Nicht unterstimmten einen Ex-Runner, ich werde es definitiv schwenken. Hey, es gibt einige wehrte Leute hier! Hey, ich brauche etwas Hilfe! Hm? Was ist das Problem? Du hast es besser gemacht, Skull. Ist das gut? Ja, es ist perfekt. Du hast es gefällt, dass du es dir genutzt hast. Die Banzi-Spring. Wir werden uns auf dich betrachten, Mona. Und Panther, auch. Da ist der Boxx-Signal. Das bedeutet, dass sie bereit sind. Gut, Glückwunsch, alle. Wir machen das. Joker, jetzt! Wir machen das. Sorry für den Wunsch. Hm. Mein Schade. Es dauert mir Zeit, um diesen Mann aus meinem Trailer zu kommen. Warte, wo ist Mona? Kann ich nicht versprechen. Ich habe Angst vor dem Boss, aber wird schon irgendwann... Ich habe schon vor lange nicht mehr gespeichert, wenn wir haben wir drauf. Aber Autosave gibt es ja, ne? Also zumindest im Sinne von, wenn ich sterbe. Ein aufzähler Plan, ne? Das war die Wucht! Neu mal den Raum, das Kunstwerk ist weg! Ah, dieses Gesindel. All egal, jetzt treiben wir sie zusammen wie die Ratten. Verriegelt sofort alle Türen jetzt, dann kommen sie uns nicht mehr. Ja, wenn das Spiel absturzt, dann haben wir ein Problem. Und was ist denn, Herr Schatz? Der Form nach, wette ich, ist es dein Bild. Das können wir uns später ansehen. Wir müssen erstmal hier raus. Ja, es heißt, was schwinden. Hey, hey. Ein bisschen rüber hier. Äh, ich kann auch noch mal den Speicherraum, ne? So. Gut. Kann ich noch mal den Speicherraum. Kann ich hier nicht, Speicherraum. Verdammt, sie geht nicht auf. Ernsthaft? Oben vom Kran kommen Geräusche weg. Also oben vom Kran kommen Geräusche, geh sofort nach oben. Ah, ah, ah. Du hast keinen Plan, wie wir hier rauskommen? Dann bist du, was bist du für ein Meisterdieb? Egal, wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen fliehen. Jetzt steht einfach immer so eine Balls. Ah. Nur ein Fenster ist das. Hallo, Leon. Hallo, Tobi. Let's go. Hm, wir haben keine Ahnung überlegen. Wir müssen hier dann sofort weg. Bam, 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 bam. Oh, noch ein bisschen Bild, ey. Wow. Das Schiff ist wirklich hoch. Aber zumindest sind wir außerhalb. Ist da eine Weg hier raus? Ich kann es fühlen. Ich fühle mich wirklich gut. Ist das ein anderes Portal zu einem unbekannten Destination? Wir haben nicht Zeit, um es zu verlieren. Geh einfach durch. Jetzt ist unsere Chance. Oh, ja, aber ich glaube, da gibt es keinen anderen Weg. Das hört sich alles gleich an, in dem Spiel. Ich bin auch nur am Haten heute. Spaß. Bin nur am Scheiße labern. Ich wusste es. All diese Sicherheit wäre sinnvoll, wenn sie einfach zurück in den Weg gebracht hat. Es scheint, wir haben geschafft, ihre Siege zu erlangen. Es wird rollig. Let's take a look at this treasure. Ah. Treasure. Huh? This is the treasure? Get back. Endlich kam dein Fenster. Bekannte Stimme. Wer könnte das sein? Ah. Marderame! Ist das, was du schaust? Get. How dare you try to track me like some kind of mouth? So you had a fake prepped, huh? Counterfeits are accepted in the world of Japanese art. Tch. Was hat dich verändert? Ist das, weil du bekannt hast? Kannst du nicht verstehen, wie es mir schreckt, um mich zu fragen, über die Schulden von meinem Vater? Jetzt, wenn ich mich zurückkehren, der einzige Grund, warum ich dich in bin, war wegen meiner Beziehung mit deinem Mutter. Diese Frau hat niemals verloren, ihre Fassion für die Schreie, selbst nachdem sie Vater stirbt. Die Schreie und ihre Fassion waren ziemlich beeinflusch. Deshalb habe ich nach ihr entschieden. Deine Mutter und die Kunstwerke, die sie erschreckt haben, sind meine Kunstwerke. Wie hoch kannst du dich? Ich denke, ich kann dir ein Wettbewerb, bevor du stirbst. Eine Glimpse der Genuine Sayuri. Genuine? Das ist der echte Sayuri? Das kann nicht sein. Mom! Mom! Wo ist Mom, du Schwamm? Ja, das ist. Das war schildert von deinem Mutter. Es ist ein Porträt von ihr selbst. Eine Frau, die wusste, dass ihre Todes kam, schilderte ihre letzte Wille für den Sonnen. Das ist die Wahrheit. Nach dem mystery von Sayuri. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, dass sie ein großer Erfolg werden würde. Ich habe einen Tuch zu dem Bild und es unter meinem Namen veröffentlicht. Ich habe dir ein Bild gebracht. Warum hast du es übernommen? Das ist die Wahrheit. Es war alles übernommen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Die Kritiker der Parasitik schreibt. Das ist die Wahrheit. Ich habe immer noch etwas übernommen. Und jetzt weiß ich was. Das ist die Wahrheit. Wenn du wirklich das Schilder hast, wirst du das Schilder nicht mehr denken, wirst du es für ein Profit zu verbrechen. Du bist überhaupt nicht magst. Du bist überhaupt nicht magst. Du hast ein echtes Schilder? Deine Verhältnisse sind nichts mehr als die Schilder auf dem Fake. Das macht mich schlafen, Scheiße. Also du mich definierst, nicht egal. Was? Na dann, wirst du mein Werkstatt, Yusuke, ich werde dich für meine Zukunft schlafen. Along mit diesen insolenten Freunden. Ich kann nicht glauben, dass du beide Mutter und der Sonn wie sie sind. Du bist ein Mensch. Fox? Ich habe gehört, dass du deine Kunststatt wirst du die Kunststatt, wenn sie ihre Funktionstattung auslösen. Hat das auch meine Mutter? Sie hat nur so gedacht, dass sie eine Schilder vor mir haben. Das ist das, wenn ein Gedanke mich überrascht. Wenn ich keine Hilfe für die Hilfe und sie mich verlassen werde, dann kann ich sie schildern, ohne irgendwelche Schilder. Nein. Du lässt sie sterben? Sie war physikalisch weck. Niemand würde wundern, wenn sie nur tot tot, wegen einer Schilder. Ich spüre meinen Nacken. Ist nicht richtig. Ich will meine Haare zurück. Von allem, Yusuke, glaubst du nicht, es war wunderschön, dass ich dein Talent herausgefunden habe, als du nur drei waren? Der Grund, warum ich dich umgehalten habe, war, um dich zu verstehen, die Wahrheit hinter Sayori zu verstehen. Du hast sie verletzt. Die Artistischen Talenten, die du von deinem Mutter waren eine gewöhnliche Verkalkulation. Wenn ich meine Ideen dann ist es viel einfacher für die Zukunft von Braten, die nicht wieder sprechen, als die Jugendlichen. bei dir, das war ich mit dem Idee. Du hast meine Gratitude. Was ist so wunderschön? Yusuke? Ich bedanke mich, Madarame. Alle Grund für mich zu entschuldigen, hat sich nicht in diesem Moment ausgeschlagen. Du bist ein gewöhnlicher Artikel. Du bist ein schreckliches Fiend, der sich die Haut von Artikel zu tragen. All die Good-for-Nuthings, die in mein Museum zu fahren, und zu tun, was du willst! Those who have the connections make the rules. Those who don't, follow them. Not to mention, the value of art is all subjective. I make the rules of the art scene. I am the supreme being. I am the god of the art world. King of Oddward? I need the Oddward. Kampf! Kampf! Oh my god. Oh my god. That is coolest. Quatsch! Was that did? Mm 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 mm. Let's begin, you vermin. Vermin. Joker, don't lose both. There's no telling, what will try. Persona! Hold on. Donnerwetter. Wie je, es gibt ja nen Bosskampf. Persona! Hm. Haben die, oder dass sie die hier schwach stellen? Ich hoffe nicht. Ich höre auf die Nase. Wir wollen nicht auf die Nase hauen, ne? Äh, ja, irgendeine Schwäche würde sowieso wieder nicht haben. Hm, weiß nicht gar nicht mehr so viel aus. Mal Strom. Eh, 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 eh eh, 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 eh. Nukulan. Nukulan, höre sie schwer, den Gehirte. Musik input in Leida. Geht es denn für alle? Ne, die haben tatsächlich unterschiedliche. Oh Gott. Nein. Achso, mit links und rechts. Äh, 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 äh. Die Nase kürzt, dass sie... Geil! Du die Nase. Die haben sich bei links und rechts schon was beigedacht. Ja. Wäre schon theoretisch cooler, mit dem Steuerkreuz komplett frei zu ergehen. Sie ist auf unten drücke, um den anzunehmen, aber wieder nicht. Windwand. Wie ist denn hiermit aus? Ich wusste, dass es passieren wird. Guck, die wurden regeneriert? Verdammt! Die Sachen können zurückkommen, wenn wir sie nicht wieder einmal schlagen. Ich werde dich mit meinem Karten zu beschrauben. Mario und Morgana hier! Bowser Jr. ist. Was ist diese Anfrage? Es muss nur mehr als unsere Farbe zu ändern. Wir sollten sich vorsichtig sein. Hm... Das ist ziemlich problematisch. Aber der ist trotzdem low. Das ist schonmal gar nicht verkehrt. Wissen Persona! mit ganz schönes handelt ja damit dann finischen am ende das ist ja schön es wäre schon nicht ganz so doof mich zu heilen sind wir mal ganz ehrlich er ist in diesem leben leider nicht mehr naja lieber man fangen tschüss an ich will mit dir ja du morgana fack doch auf mit deinem auge was willst du ich versuche es auf jeden fall danke für den tipp wenn das weg in top form nach näher die scheiße wie viel ich davon habe das bruder wiener gelee so pervers ich will benutzen ich will wiener gelee essen feuer heilt ihr alles okay ich baller auf den ich baller aufs auge ich küsse ihm das auge na mein die auge raus okay hier alles nach Kontrolle Äh, fällt doch nicht alles in der Kontrolle. Äh, die Frau hat fast überlegt. Immer auf die Frau. Oh... Hm... Ich weiß nicht. Ist das das gleiche, was Matarame benutzt hat? Lass uns versuchen, ihn mit Papier zu befassen. Äh, wie mache ich das jetzt? Gib mir meinen Kugel, Joker! Äh, es ist... Äh, es ist... Ah, hier sind wir noch schwarz. Ähm... Dann werde ich gegen alle Affinitäten... Das stehe ich nicht. Ähm... Ach, selbst die Augen funktionieren unterschiedlich. Ach, die meine will... Nein... Hm... Hm... Weil du auch nicht gelesen hast... Ich weiß nicht, was ich hätte lesen sollen. Hm... Wie kann ich denn da links auf diese Scheiße zugreifen? Ich versteh's nicht. Wie kann ich denn da, wo er angefärbt wurde? Ach so... Ich finde es halt, dass sie immer noch schwarz ist, obwohl ich... ... schwarz ist. Ich bin bereit, wenn du bist. Ich bin bereit, wenn du bist. Ich bin bereit. Alles klar. Jaaa... Bitte finisch ihn nicht, sehr gut. Hm... 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 Panther! Deine Gefahr wurde geschlossen! Moment... Na... Na... Den nicht. Hm... Ha... Du siehst? Hm... Hm... Alles was will ich anschließen hier... Wahrscheinlich dumm, aber... Was weiß ich... Tschüss Arn... Mach schön mit dir. Ach, es ist wieder sowas, wo man einfach wieder... Okay... Ähm... Ich bin nicht fertig. Hm... Danke! Mhhh... Joa... Hm... Hast du in uns? Hm... 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 Ich hab das bemalen, weil wir noch nie in Royale gesehen. Ich bin sogar nicht sicher. Über mich nicht, Habs von Maxx-er... Irgendwie kommt mir das bemalen bekannt vor. Was ist das Ding? Es gibt dann ja auch einen Wiederbelebungszauber irgendwann mal. Nein. Gut. Fake. Das ist doof. Nein. Nein. Ich hasse die Steuerung. Ich bin dämlich. Aber vielleicht bin ich nicht so dämlich, wie ich denke. Ähm. Let's go. Ich brauche jetzt irgendwas, was schönen Flächenangriff macht. Ufo? Nee. Ja, irgendwas, was Flächenangriff macht. Ja, Ann hat im Zweifel, ne? Warte mal. Not that. Not over yet. Ich glaube mal, dass ich das mit dem EP gemacht habe. Äh, die Folge ist jetzt vorbei. Fällt mir gerade mal so auf. Keine Ahnung, ob ich den Gegner jetzt wirklich schon fertig mache. Wahrscheinlich kommt er irgendwie noch danach. Was? Gehe ich mal von aus. Äh. Ja, ne? Beim nächsten Mal dann. Pfff. 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 Vielen Dank.